Moin, moin, mein Lieben. Heute wurde von mir einmal zu diesem kleinen Retro-Toy-Set mit Zügen und so weiter und so fort. So kommt das Ganze aus der Verpackung, ist so eingeschweißt, haben also sehr viel Plastikmüll, ja, das kleine Werkzeug. Und ich werde jetzt an der Stelle einmal pausieren und das Ganze einmal zusammenschrauben und mal schauen, wie das dann dann auch aussieht, wenn es dann fertig ist. So, ein bisschen haben wir es schon mal geschafft. Wir machen hier jetzt direkt weiter. Ja, wir haben jetzt erstmal grundsätzlich alles gesteckt. Bisher mussten wir nicht viel schrauben. Ich habe das soweit aber hier auch schon mal vorbereitet. Das können wir jetzt gleich alles reinschrauben. Und wir sehen dann auch, dass wir hier noch etwas überhaben. Das kommt dann hier oben noch rein. So, haben wir für die Räder jeweils, die Modelle, den Schaunstein hier oben und dann haben wir noch ein paar extra Schrauben. Wir werden mal jetzt weitermachen und dann schauen wir mal, wie es dann aussieht. So, das Ganze ist jetzt einmal zusammengebaut. So sieht es dann aus. Das ist ja eins der Modelle. Und ja, wir haben dann hier die Räder, die sind in sich beweglich, wenn wir es dann richtig gemacht haben. Hat insgesamt, ja, nicht mal fünf Minuten gedauert. Es ging relativ zügig, auch ohne Anleitung. Hier unten haben wir dann noch den Einschalter. Wenn wir dann hier Batterien reintun, können wir das Ganze noch fahren lassen automatisch. Und ja, so weit ein ganz nettes kleines Modell und die ersten Eindrücke für Schrauben und handwerkliche Sachen für die Kleinen.